...schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zur Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Ja? Das wird gleich richtig knallen, weißt du das? Nein, ich hab ihm nichts zugehört. Ich war ein bisschen angespannt. Er wird alle Türen deaktivieren, damit alle zur Brücke kommen. Was schließen wir daraus? Das wir sterben. Party, 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 Party. Jawoll. Ja, ich hab nämlich hier gespeichert. Was machen wir jetzt wieder? Weil wir es können. Willst du Party feiern? Du willst Party feiern? Geil. So kleines... Problemchen. Ganz kurz, warte, Moment. Wir kommen schon hier entlang. Ja, Leute. Wir haben ein kleineres Zimmer. Wir haben ein kleines Studio. Ein ganz, ganz kleines Studio. Welches war meins? Das ist deins. So lesen wir? Ja. Scheißegal. Du hast Zivilis. Ich hab Aids. Hast beides. Scherz. Scherz. Das beides durch Speicheln übertragen. Ähm. Was müssen wir überhaupt machen? Drück mal B. Gut. Jetzt weißt du, wo du langen musst. Ich stehe vor einer Tür und weiß was machen willst. Das ist doch... Uhhh. Ist hier? Ja, 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 ja. Hitz, rechts. 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 Hitz, schmuck. Hitz, da. Hitz, rechts, 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 Nein. Schnell. Oh, so ist es noch mitbekommen. Unterschätze niemanden. Genau. Auch wenn er sich meistens tollpatschig anstellt. Ob sie auch zugehen. Hat sie ganz schluss auf der anderen Seite? Ne. Ne, wir wollten da durch und das ging ja nicht. Achso, musst du da jetzt trotzdem sagen oder mal B? Ja, natürlich. Na gut, dann nimmst du das komische Teil von der anderen Seite. Ähm, ich hab wundert was da. Ich hab leider keinen mehr von dem... Ah, da haben wir nichts dran. Gar nichts. Nein. Absolut nichts. Das ist, äh, aber... War doch hier nicht irgendwo... Äh, Moment mal. Guck mal da. Oh. Ich überlege gerade, wo war denn nochmal der Shop? Achso, der Shop, der ist ein bisschen weiter weg jetzt. Ist ein bisschen weiter weg. Ja, ist extrem weit weg. Gut, Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe jetzt sehr ungern weiter. Denn wir haben nur noch 100 Schuss für... Äh, ja. Du brauchst dieses Energie-Dingsbums von der Seite. Genau, aber du kannst ja jetzt erstmal... Ja, ich kann jetzt erstmal. Durch die Tür gehen. Durch die da? Nein, da ist keine Tür. Da war die Tür. Nicht die, da kommen wir her. Du meinst hinten die Kleine. Genau. Klopftür. Genau. Guck mal. Solange sie noch... Ui. Ui. Atsch. Ja, ich dachte auch gerade, da kommt jetzt was. Ich dachte immer nur so. Solange sie noch funktioniert... Toll. Wie. Senfall. Ha. 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 Und ich will mich eignen. Denn ihr habt es geschafft. Ähm... Zegel? Ne, F. Äh, F ist dieses Herholen und C ist das Verlangsamen. Das hier nicht merken. Ich kann mal einiges merken. Aber das kann ich mir nicht merken. Äh... Kann man nicht nur sagen, dass es 100% stattfindet ist, oder? Das stimmt. Ah. Ein Aufzug. Äh... Ich fasse Aufzug. Kann ich verstehen. Ich muss mit Ihnen reden. Mein Name ist Terence Kine. Doktor Kine. Hören Sie. Wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Schacke wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen. Die Kräfte, die hier am Berge sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie gehen, dann verurteilen Sie die Beschreibung. Doch. Der Planet wird niemals erhalten. Es sei denn, der Mark habe zurückgemacht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte. Wie soll ich mir helfen? Wie soll ich mir helfen? Wie soll ich mir helfen? Wie soll er... Guck, er hat es gerade gesagt. Die Kirche hat Unrecht. Genau deswegen bin ich nicht religiös. Das hat da gerade jemand geschrieben. Ich auch nicht. Ja, da hat jemand geschrieben. Genau, ignorier's. Ja. Weißt du was? Da gibt es ja momentan diese schönen Flatterviecher, gell? Ich habe Flaps. Genau, massakrier doch einfach mal schon die Leichen, weil falls diese Flatterviecher kommen... Ja. Sechs. Zwölf. Das freut mich. Dann kann ich nämlich gleich wieder vorbeileiden. Ja. 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 Der Ritter. Sehr schön. Bombenstimmung! Ja, cool! Schnell, schnell! HStopakum! Jetzt hier ist schon mal tot. Ja, noch nicht. das kann ich was leider muss die tür auf und schon ist hier saun und der raum ist ganz schön groß schön dass du dich verschluckt mit der explosion mitgerissen ich danke dir das habe ich gesehen Mit zwei Knoten? Hier spricht Commander Cadigan. Wir haben Feinde an Bord. Das ist keine Übung. Feinde sind außerirdischen Ursprung. Wiederholen! Außerirdisch! Und extrem gefährlich! An alle Crewmitglieder! Waffen bereit halten und nach Ermessen schießen! Die merken jetzt, dass wir Gegner auf dem Land haben. Jetzt. Du musst bedenken, wir laufen da ja so ein bisschen lang. Müssen wir alles nur aufnahmen. Achso. Ja. Jetzt werden wir jetzt ein Pulsgerät. Nein. Kann ich da was machen? Ja. So. Ob es das gebracht hat? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. So. Ähm. Schießt das? Den soll ich nicht schießen? Den auch nicht. Also bin ich bei... Aha! Den nicht. Ja. Gehen wir hier rum. Gehen wir hier rum. Gehen wir hier rum. Gehen wir hier rum. Gehen wir wieder rum. Gehen wir wieder dran. Was hat das jetzt hier mit zu tun? Binden wir es raus. Binden wir es raus. Was ist um endlich mal die zu tun? Ja. Hm. Mach nochmal. Natürlich. Du musst nicht alle. Du musst tausend Punkte erreichen. Ja. Du musst tausend Punkte erreichen. Ja. Nur wenn du alle kaputt machst. Oder roten. Ja. Ich nicht. Freundschaftlich mag ich. Ins Bein. Schieb in mir die Eier. Oh. Geil. Einfach unendlich monitoren. Haha. Aber lustig in mir. Ja, ja. Und jetzt werden wir auch klepfle. Es geht ziemlich höher. Ja. Hm. Äh. Ich möchte es nur testen. Ah, jetzt. 1200. Wow, die werden schneller. Ah, ich denke, es gibt drei Level. Das ist ein Stift. Gewalt, äh, Gewaltspiele, so was wie hier. Da stehen ja vor Spannerkritt. Das ist so was. Ja. 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 Oh, aber gerade so. Oh, Hammer. Hammer, Hammer. Hammer, nee, ich will es nicht. Ich nehme es. In die Eier. Ich nehme es. Ich nehme es. Ich nehme es ja auch. Und noch mal in die Eier. Die Hand. Sauber. So, wie lange soll ich es jetzt hier machen? Ist ja toll, Leute, aber... Was hat das hier mitzutun? Mann, ich bin lustig. Ja, ich auch, aber... Wenn man es mitzutun hat... Das ist doch nicht der Sinn der Übung hier. Doch, ich glaube schon. Hab ich denn es lustig? Weil du kriegst einiges geschenkt. Ich will das machen. Ich will das machen. Meine müssen... Hey, was ist das jetzt hier? Hey, du kriegst einiges. Die Tür aus, gell? Kann nur diese Türbeige sein. Äh... Äh... Jetzt weiß ich nicht, warum der sich da halt schon sein Bein hält. Storben haben wir. Na, der ist ja mutig. Äh... 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 Ich muss das auf jeden Fall dann verlangsamen. Und da... Warte mal, drück mal B. Und du weißt, wo du lang bist. Einfach nur voraussprich. Also das soll verlangsamen. Das war... C. Den hat es zerfetzt. Irgendwann. Ich krieg so viel zu grinsen. So. Oh, ich krieg so viel. Was? Okay, auf die. Kamp. Boah! So komisch werden. Scheiße, das ist so schnell. Oh! Oh, du bist zerfetzt. Oh, du bist auch so richtig zerfetzt. Keine Leiterzeit für die da. Stimmt. Aber... Boah!